Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben German Tricks. Deutschland, halb zehn Uhr morgens, sonntags, Berlin. Ich laufe gerade hier in diese wunderschöne Berliner Champs-Élysées runter in Richtung Starbucks. Denn heute mache ich einen Starbucks-Makbang. Also ich bin jetzt auf dem Weg zum Alexanderplatz, brauche da wahrscheinlich für so eine Stunde hin. Das bringt meinen Kreislauf im Schwung, damit ich auch nicht so allzu dick werde von den ganzen Essen. Ein bisschen sportliche Betätigung. Das Wetter ist übrigens super toll. Man sieht ja, blauer Himmel, Sonnenschein und könnte so sagen gefühlte 25, 26, 30 Grad ungefähr. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass dies hier kein ASMR-Video mit Flüstern und so, sondern ein Mugbang. Das heißt, ich werde essen und mit euch quatschen. Mit ohne Flüstern. Mit ohne. Ja, genau. Ladies and Gentlemen, ich bin gleich da. Da vorne könnt ihr schon den Alexanderplatz sehen. Den Alex, genau. Der ist ein bisschen zu geräuchert. Der hat wohl am Wochenende, ja, ein bisschen vollzogen. So, ich bin fast da. Ja, aber ich habe noch 20 Minuten, weil der Starbucks erst um halb 11 Uhr aufmacht. Jetzt habe ich hier noch 20 Minuten. Aber ich habe hier, glaube ich, einen coolen Laden gefunden. Hier kann man auch mal einkehren. Das ist die Imbiss-Oase. Ich gucke mal, ob die... Ja, also der Name macht mich schon nulgierig im Biss-Oase. Sieht lecker aus. Ja, hier auch vielleicht noch ein Currywurst zwischendurch. Hallo? Hallo? Betriebsferien. Ich hätte gerne Currywurst mit Pommes. Hallo? Hallo? Nach einer Stunde Fußweg endlich angekommen und ja, hier war mal eine Starbucks. Das ist da jetzt etwas suboptimal, weil es hier keinen Starbucks mehr gibt. Und ich brauche Starbucks-Sachen für mein Starbucks-Video. Ja, schön. Hallo, bist du da drin? Starbucks. Ich hätte gerne einen Kaffee und einen Bagel und zwei Muffins. Hallo? Hallo? Na gut, dann gehe ich jetzt nach Hause ohne Starbucks und werde mir Pizza bestellen. Also machen wir ein Pizza-Video und ich werde ganz brav jetzt nicht mehr laufen zurück, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Also normalerweise ist die U-Bahn ja in Berlin recht voll, aber ich denke so um diese Tageszeit ist noch nicht so viel los. Also es sind auch genügend Plätze hier in der Bahn frei. Glück gehabt. Nächste Haltestelle. Ich liebe einfach U-Bahn fahren. Guti, da gibt es jetzt eine Bestellung bei Dominos. Dominos, zwei Pizzen, zweimal Pizzabrötchen, Lava Cake, eine Fanta. Das macht ja 28, 24. Da soll einer noch sagen, ich scheue keine Kosten und Mühen. So meine Freunde, ich habe jetzt bei Dominos bestellt. Habt ihr ja gesehen, 28, 24 irgendwas. Also wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, alle Links in der Videobeschreibung. Und zu meiner Linken haben wir eine Salami Pizza. Und zu meiner Rechten oder euren Linken eine Waikiki. Ich denke das soll aber eigentlich die Hawaii Pizza sein. Dazu hier ein paar Pizzabrötchen. Und dann lasst uns mal anfangen zu essen. Denn ich habe ziemlichen Hunger. Also wenn ihr euch entscheiden könntet, welche Pizza würdet ihr nehmen. die Hawaii oder die Salami? Kommentiert mal rein in die Kommentare. Schöning, die wird euch in die Kommentare machen. Schöning. 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 Wirals. Und dann schöning. Ich meine Schöning. 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 Ich habe ohne Schöning. Pizza, weil ich glaube, es ist eher so ein Ding, was man eher hier in Deutschland bekommt, weil das glaube ich in Italien eher nicht. Ich habe mal ein Video gesehen von einem italienischen Koch und der hat so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er eine Pizza gesehen hat mit Alanas Sogum drauf Die Lieferung ging auch echt schnell, ich glaube 20 Minuten war die Pizza da. Aber sagen wir mal so, wer bestellt schon Sonntags um 11 Pizza? Sogum Also ich nicht. Lecker, lecker. Ich glaube, das fehlen hier noch ein paar Soßen oder so. Ich glaube, das ist so schön. Ich glaube, das ist so schön. Ich glaube, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Danke. Das ist so schön. Das ist so schön. Das Beste aus zwei Welten. Das ist so schön. 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 Die waren erraten, vielleicht, mit Jalepangios. Wo ist denn die? Wo ist der? Ja, hier. Ja. Ja, hier. Ja, hier. Komm, ein Stück erstmal noch. Warum nicht? Heute Sonntag noch. Hm. Hm. Also ich denke, ich habe noch ein sehr nettes Abendbrot später. Freunde, also vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns im nächsten ASMR- oder Magping-Video, Freunde. Alles Gute und bis bald, ja. Ich habe mich sehr gefreut. Tschüssi. Tschüssi.